Als Unternehmer müssen Sie bei allen Abläufen die Effizienz im Blick haben – auch beim Dokumentenmanagement. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihren Workflow im Dokumentenmanagement optimieren können. DATEV und ELO Digital Office haben Ihre langjährigen Erfahrungen im Unternehmensmarkt gebündelt, um Ihnen eine für Ihren Bedarf optimale Lösung anbieten zu können. Ergebnis ist das Dokumentenmanagement-Modul ELO for DATEV. Es ermöglicht konsequent durchgängige Prozesse durch die Verbindung zu DATEV-Rechnungswesen. Und ELO for DATEV überzeugt mit vielen weiteren Vorteilen. Das Programm optimiert unter anderem den Rechnungsprüfungsprozess. Hier verbessert die Lösung den Workflow, indem sie viele Schritte automatisiert und perfekt mit DATEV-Rechnungswesen verzahnt. Das spart Zeit und Ressourcen. Auch eine individuelle Anpassung der Prozesse ist möglich. Über den mobilen Zugriff können Sie außerdem ELO for DATEV zu jeder Zeit und an jedem Ort nutzen. Erfahren Sie nun in einem Anwendungsbeispiel, wie effizient die Dokumentenmanagement-Software den Rechnungsprüfungsprozess gestaltet. Zunächst scannen Sie die eingehenden Rechnungen, indexieren und archivieren Sie. Dann beginnt der Freigabeprozess. Im ersten Schritt findet die formelle und manuelle Prüfung statt, die durch die automatisierte Belegeerkennung unterstützt wird. Anschließend erfolgt die Weiterleitung zur Freigabe. Darauf folgt die sachliche Prüfung. Haben Sie alle Daten für die Vorkontierung erfasst, geben Sie die Rechnung sachlich frei. Sind die übernommenen Daten wie Belegdetails, Zahlungsdaten und Kontierung korrekt, erfolgt die Buchungsfreigabe. Nun lassen sich die Daten mit einem Klick an DATEV Rechnungswesen übergeben. Nach Einspielen des Stapels in Rechnungswesen werden automatisch Buchungsvorschläge generiert. So erledigen Sie die gesamte Rechnungsprüfung in einem durchgängigen Workflow. Ganz einfach und effizient. Möchten Sie sich selbst von den vielen Vorzügen der Dokumentenmanagementlösung überzeugen? Dann erfahren Sie mehr über elo4datev unter www.elo.com.elo-4-datev oder kontaktieren Sie uns direkt über info.elo.com.